So Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Series M2 und ähm ja, die Folge fängt direkt mit einer Sequenz an, mit einem schönen Wasserfall. Und lecker grünes Wasser. Die Musik, die finde ich auch toll. Äh, was das sind die Viecher? Die kennen wir noch nicht. Hopp, hopp. Hallö. Schöne Lenden-Schürze. Schürze. Okay. Entschuldige mein Huhn am Freitag. Böse grüne Wurst wurde morgen angegriffen. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen. Böse grüne Wurst, what the fuck. Okay. Onan der Bibliothekar. Jaaaa. Also... Das ist mir ein zu anstrengender Name. Ich nenn dich Fernando. So. Jetzt heißt du Fernando und Ende. Super, du hast die Höhle passiert. Ich wollte grad Hölle lesen. Die Höhle passiert und bist auf der anderen Seite des Berges herausgekommen. Yeah. Geh jetzt flussaufwärts und über die Brücke. Das Me... Y... What the fuck... Kekedorf sollte dort in der Nähe sein. Dort wirst du mit dem Häuptling unter vier Augen reden können. Ich wette, er wird uns eine Menge über das Medaillon... Sagen. Toll. Mensch, Mensch, Mensch. Dann fangen wir direkt an. Lalalalalalalala direkt an. Ich konnte jetzt nicht lesen, was Nettida gesagt hat. Ich muss mich hier um die Oga kümmern. Was auch immer das ist. Ah, du bist... Du bist sehr schön. Du bist eine pure Schönheit. Kann ich so eine Keule nehmen? Ne. Schade eigentlich. Ich hätt gern mal so ne schöne Keule. Äh, Monition. Die kann man immer gebrauchen. Watt war das? Kommt noch mehr Oga? Scheinlich so. Oh, also das ist... Das ist sehr... Oh, das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Das war... Und was, wenn ich jetzt doch schwimmen gehe? Ach, der kann da nicht mal hin, Mensch. Was, wenn ich jetzt aber diesen Wasserfall runterspringen möchte? Den kann ich das leider nicht tun. Weil das Wasser leider viel zu gefährlich dafür aussieht. Also ich finde das nicht ganz schön aus. Ich sollte vielleicht ein andere Mal von nehmen sollte. Das passt schon. Ah, der Mond und ein anderer Planet. Und Vulkane. Vulkane. Da ist Dynamit drin. Ich glaub wir sollten... Gehst du mal hier raus? Wir sollten da nicht reingehen. Aber irgendwie passiert da auch nichts mit. Hä? Warum passiert da denn nix? Boah! Okay! Scheiße! Oh kacke, Mann! Ja, ich hab mich grad nicht... Nicht erschrocken. Vielen Dank, gib mir noch mehr. Oh Gott, oh Gott! Das mach ich nicht nochmal! Scheiße! Oh fuck! Und wir haben nur noch zwei Leben. Und bis Game Over ist der... Ach Mensch! Ich geh jetzt ganz weit weg von diesem... Haus... von der Hütte. Äh... Erstmal die Oga töten. Und ich seh Fernando! Hallo Fernando! Ich hab dich vermisst. Der hab ich wirklich... Na la 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 la... Das ist ja ganz böse, Fernando. Doch schöne Schuhe, Fernando. Ich liebe deine Schuhe. Der hat mich mit Bananen beworfen oder Blättern oder was auch immer. Fernando, hast du mich mit Bananen beworfen? So sieht doch aus! Wow! Ich freue mich hier mit dem Kind. So, das war's fürs Erste. Wo ist Fernando hin? Wow! Das war sehr böse von dir. Ich schätze mal, dass aus Holz oder was auch immer das war bestehende Flugdingsbums gehörte zu unseren Simba-Freunden oder so. Jedenfalls war... Es sind die bösen... What the fuck! Volksgeheimnis... Alles klar! Ja! Volksgeheimnis... Äh... Ich meine, wieso nicht? Äh... Ich seh... Ich seh da einen Ogre! Hallo Ogre! 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 Und da kommt... What the fuck ist das? Bleib mir fern! Oh Gott! Das sind ja sowas wie diese hässlichen Viecher vom ersten Teil, den ich auch da schon gehasst hab! Na fein! Ganz toll! Puh! Verreckt dran! Oh Gott, oh Gott! Oh, ich bin irgendwo stecken geblieben! An einem Stein! Ja, schön! Äh... Ich hätt schon gern die Keule von dem Ding... äh von dem Ogre! Die ist ganz toll! Sieht irgendwie aus wie der Ogre von Harry Potter, meint ihr nicht auch? Also ich finde schon... Wo ist meine Säge? Ich hätt gern die Säge! Vielen Dank! Vielen lieben Dank dafür! Okay, Munition kann man auch immer gebrauchen hier! Ich glaube, wir müssen lieber die Brücke laufen! Und ich finde, das sieht echt total... Oh nein, 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 nein! So mach ich das lieber nicht! Mit der Säge? Lieber nicht! Ich würde sagen, ich finde, das sieht hier alles mega schön aus! Oh, da vielen Dank! Ich... Ich mag dich auch! Dankeschön! Oh, und der Heilung! Oh, vielen Dank! Das ist sehr lieb! Von dir hast du noch was? Du... Puh! Der hat leider nichts mehr für mich gehabt! Mano? Okay, schade, da können wir nicht hoch! Man... Man weiß ja nie, was es hier so für Geheimnisse gibt! Ich meint... The Serious Sam... Also bei... Ersten... Gab's ja auch immer so viel! Äh... Das war mein Stuhlauer! Ich sitze im Schneidersitz und das ist echt nicht so gemütlich gerade! Ah, dankeschön! Für die neue Waffe! Das ist hier wirklich sehr nett von mir! Hallo? Hörst du mal bitte auf, hier alles zu zerstören? Das ist nicht sehr nett! Ne! Das ist überhaupt nicht nett von dir! Oh! Die hab ich jetzt übersehen! Fernando! Hallo! Erstmal die Nerven Oga! Okay! Oh Gott, die kommen ja alle hier! Ich hätte gern die andere Waffe! Genau die! Hauptsache es kommt nichts von hinten! Also Fernando! Deine eigenen Kollegen umbringen! Also... So weit geht das hier! So weit geht das hier schon mit dir, mein Freund! Oh, da hinten ist noch ein Fernando! Und... Und noch einer! Hallo Fernando! Das ist nett, dass du uns besuchen kommst! Ich mein, ich hab dich auch lieb! Äh... Bleib da! Ja! Und noch mehr Oga! Nein, wie toll! Und... Und grüne Viecher! Und... Oh Gott! Alles auf einmal! Bleib, wo ihr seid! Was ist das hier? Ich... Ich hab euch nicht zu meiner Party eingeladen! Boah! Bleib! Hahaha! Du kommst nicht rüber! Boah! Von da noch ein Fernando! 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 So, die hätten wir erledigt! Jetzt bleibt nur noch... Hm... Nur noch ein böser Fernando! Ach Gott, oh Gott! Hm, ich schätze mal das was! Äh... Wir müssen da lang mal gucken, was hier aber noch gibt! Ich seh da nämlich was funkeln! Und das würd ich gern haben! Wie komm ich denn da hin? Hallo! Ich... Ich würd das da gern haben! Kommt das jetzt hierhin angeschwommen oder so? Das wär cool! Komm schon, du Penner! Vielen Dank! Es kommt tatsächlich hierhin angeschwommen! Wie cool! Was ist das denn schönes? Ja, du! Das brauch ich jetzt eigentlich nicht! Aber... Kann ich sie später nochmal verwenden? Geil! Was ist denn das eigentlich? Wird mich auch interessieren! Für was ich das verwenden kann! Okay, die nehme ich einfach mal! Äh... Hi! Ach! Noch mehr Munition! Vielen Dank! Und was hast du jetzt noch hingeworfen? Oh, noch mehr Munition! Ja, das ist sehr nett von dir! Und das ist eine... Eine riesen Banane! Wie cool! Wo ist meine... Ich hab sie kaputt gemacht! Mensch! Gott, oh! Bananen sind hier verboten! Mensch! Ich mag Bananen! Und die sind verboten! Pöh! Vielleicht kommt irgendwas von... aus... aus dem Hinterheim! Kann ich mit dem Boot fahren? Äh... Ich war obs... Ich... Aber anscheinend hab ich's kaputt gemacht! Toll! Okay! Äh... Harry Potter... Ogre und... Fernando... Ah, ne, das... Nervt! Das nervt! Ich versuch einfach mal das neue Bombendings da! Was ist das denn? Oh! Jo, cool! Also das... Das Ding könnte ich wohl öfters bekommen! Äh... Liebend gern! Das war... Das hab ich grad gemacht! Was? Was? Wo? Wo war's? Okay! Hallo? Das ist nicht nett von dir! Böses Flugzeug! Oh! Es geht weiter! Ich schätze mal, das ist der Häuptling! Also... seine Uhr gefällt mir! Das hat 12... Das hat 12... Das hat 12... Folg wie... Ach, das war schon! Ach, Mensch! Ach, Gott, diese Punkte ziehen sie ja auch 10 Stunden lang! Okay, ähm... Das war's dann mit dem zweiten Part von Let's Play Serious Sam 2! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr das Video gerne liken! Wenn's euch nicht gefallen hat, könnt ihr es entliken! Oder es einfach ignorieren! Äh, ansonst könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar schreiben! Vor allem, was ich noch so spielen kann! Und auch Indie-Horror-Games! Und mich würde es auch interessieren, wie ihr den dritten Teil von Serious Sam findet! Weil ich möchte mir den kaufen und den dann auch spielen! Da ich ja die ersten zwei hab! Und jetzt auch spiele, ja! Ja! Und ich würde eure Meinung gerne wissen! Also wenn ihr das dritte... das dritte... den dritten Teil kennt, dann schreibt mir doch, wie ihr ihn findet! Ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Part von Let's Play Serious Sam 2! Bis dahin!